Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. You und ja ihr seht wir stehen hier mit Mario und Luigi das liegt daran weil wir heute einen Gast hier haben und zwar den Kringel! Hallo Kringel! Hallo! Ja wir machen direkt weiter im Limonadendschungel mit dem Level Wiggler Wahnsinn und so wie immer wird Dennis schön boosten und natürlich ist Batterie wieder ja klar und Klingel nicht werden und soll hier irgendwie durch dieses Level aus manövrieren oder behindern er schnapp du dir das Alte und ich hab schon ja ihr hast und die Brüste ja die Klaus will in die Welt was eine Gastfreundlichkeit du hier hast und normal geilig ist ein aus dem Anspruch Regen so wie wir die Stärken ich will sie ich will sie Juhu und ihr und wer verrät wer verrät keiner verrät kommen wir können das sicher wenn der Dennis nicht mehr wo er sein ich bin doch mal ich werde noch ein Ding noch ein ich setze sie unter dich wenn du springst okay und da war ein Wiggler ich hab grad geguckt was hier so macht das ist jetzt war ein 9 bleibt mal stehen manu sorry 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 hier ist nur dieser wütende Wiggler und irgendwie wer hat denn Wiggler gemacht ja sorry das war so interessant was ihr gemacht habt ey das ist mir zu viel ich kann nicht auf zwei Leute gleichzeitig gucken das wir üben das ne das funktioniert nicht achso wir können weiterspielen ja klar ich bin da noch annehmen erst wenn beide tot sind dann eigentlich kann ich schon mal auch hin die Stimme ist er ja aber er war das ist das mal hier und dann kann man ja dann muss man weiter laufen das soll okul ein Pilz hier genau komm rüber auf so Fähnchen das ist es dir besser überlassen nach Position machen wir am nächsten Part sicher dass das nicht für beide gilt nee nee die Sache ist die beim Fähnchen wird man ja groß und wenn ich mir jetzt das Fähnchen hole dann wird Kringel ja nicht groß Verschwendung ja genau irgendwie kommt hier keiner an den P-Schalter doch jetzt den brauchen wir auch sonst seid ihr alle alle tot so blaue Münzen sind so kleine Zusatzmünzen und Ö äh äh muss ich den nächsten P-Schalter machen nee hier ist ja kein neuer hui ok und dann geht es hier so weiter oh ja nein 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 mein Stern ist da ach du hast einen Stern ja der ist aber weg ich war auch das weg jo Achtung wie klar Töte den ey Dennis wenn du uns jetzt berührst dann kann ich dich befreien achso das ist ja cool ups Manu ey also immer am sterben ja sorry nein ich will noch den Penis ja man muss sich schon ein bisschen beeilen ok boah ey ich glaube so viele Plattformen kann Dennis nicht setzen oder nicht das kritisiert wenn ich das auch vier Plattformen setzen kommt schon da muss aber gehen die ich weiß nicht wie ich mich nicht du hast du anheften was das einstehen so und erhören ja er macht ja immer zusammen ja bin da so recht schuldig wo ab die Wurzeln die Gräuze für sich in den Sumpf nicht bei Deutschland werden so dass sie das Jahr als das war die dritte was ganz nur die zweite war und an die Wiggler nicht kaputt stampfen da wäre mal geil mit dem Stern glaub ich ging das und wir müssen unten durch oder er schreibt ja hier können auch oben ich muss ein bisschen Zeit finden du weißt du kannst auch fliegen kurz ne wenn du schüttelst die Ferblin dank wo ich sterb hier am laufenden Band eigentlich soll man auch den Wiggler benutzen aber das ist im Multiplären nicht so einfach ups ja du kannst ja halt wegen die Fahne kannst du behalten hahaha hey auch ne bitte nicht ach hatten wir Feuerwerk tausend Dank für deine Hilfe hier reift zu ja was hat immer für eine Hilfe keine Ahnung ein Pilz ein Pilz boah ich glaube den pfeife ich mir gleich ein auch den roten Magic Mushrooms ist jetzt eigentlich unser Inventar auch größer warum ups wir haben ja gar nicht den Level da vorgemacht oh mein Gott kein Platz für neue Items von welchem Item möchtest du stellen von gar keinem vom Pilz tausche Pilz für Pilz genau du musst dann eins tauschen oder kannst du den noch einfach ne man muss man kann nicht einfach so oh mein Gott das wird sowieso immer so wenn du was den Pilz ja äh diesen Level den machen wir dann beim nächsten Mal haben wir ein bisschen die Reihenfolge vertauscht oh mein Gott und äh ja dann nehmen wir schon mal einen Pilz falfen wir uns rein und dann geht's im nächsten Part fröhlich und munter weiter fröhlich und munter hier weiter und Colin sagt Batman ist hier ein Segen geht aber auch ohne ihn das ging offen stehen und dann würde ich sagen wir hoffen es hat gefallen und wir hoffen es aber nächstes Mal wieder dabei wenn es wieder heißt springen und laufen mit ihr die Brüder und dem Klingel also bis dann tschüss tschüss